Seit mindestens 1700 Jahren leben Jüdinnen und Juden in Deutschland. Heute, am 28. November, beginnt Chanukka. Chanukka ist das jüdische Lichterfest. Es wird acht Tage lang gefeiert und erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem. Das Wort Chanukka ist hebräisch und bedeutet Einweihung. Jeden Tag bei Einbruch der Dunkelheit wird eine weitere Kerze an der Chanukia, dem Chanukka-Leuchter, angezündet. Dies geht zurück auf ein Wunder bei der Wiedereinweihung des Tempels. Zunächst wurde nicht ausreichend geweihtes Öl vorgefunden und erst acht Tage später bestand die Möglichkeit, Neues zu erhalten. Wie durch ein Wunder reichte das Öl aber nicht nur für einen Tag, sondern ganze acht Tage lang aus. Um daran zu erinnern, gibt es an Chanukka auch in ölgetränkte Speisen, zum Beispiel Latkes und Sufgan-Jod. Im engen Familien- und Freundeskreis wird gebetet, gesungen und teilweise gespielt, zum Beispiel mit dem Dreidel. Der Dreidel ist ein würfelförmiger Kreisel mit vier Seiten, auf denen jeweils ein hebräischer Buchstabe steht. Er wird gedreht und der Buchstabe, der oben liegt, gibt den nächsten Spielschritt vor. Wir wünschen allen, die es feiern, ein frohes Chanukka-Fest. Chak Chanukka Sameach Schak Chanukka